Investieren war meine beste Entscheidung. Danke. Sehr, sehr gerne, mein Lieber. Und genau das muss man machen. Wenn man wirklich Geld verdienen möchte, bringt es nichts, arbeiten zu gehen. Es bringt nichts, angestellt zu sein irgendwo. So verdient man kein Geld, der einen zu einem Wohlstand führt, worauf man dann aufbauen kann und sich finanziell freimachen kann. Man muss lernen zu investieren und das auf eine richtige Art und Weise, sei es in Immobilien, sei es in andere Unternehmen, sei es in Aktien, sei es in Cryptospace, sei es in Edelmetallen, sei es in Kunstgegenständen, sei es in Grundstücke, egal was auch immer. Man muss lernen zu investieren. Man muss lernen, das Geld richtig zu investieren und das Geld zu vermehren. Das Geld für sich arbeiten zu lassen, statt für das Geld zu arbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn man dieses Konzept verstanden hat, dann wird man Möglichkeiten finden, man wird Wege finden, um das Geld für sich arbeiten zu lassen. Aber die meisten sind zu faul dafür. Die meisten sind zu faul, die wollen sich einfach nicht bilden und wollen einfach nur das große Geld verdienen und reagieren dann hier natürlich, wenn sie dann einmal in Kryptos oder in Aktien drin sind, reagieren sie mit Gier und Angst und handeln komplett falsch und lassen das Geld wieder von ihren armen Taschen zu den Reichen fließen. Immer und immer wieder. Man wundert sich dann, warum sie nicht reicher werden. Aber bevor man investiert, muss man sich bilden. Das ist das Problem und das machen die meisten nicht. Die kommen dann in den Cryptospace und pumpen ihr Geld erstmal in den heftigsten Shitcoin, der dann auf einmal durch den Rugpull ihnen unter den Füßen weggerissen wird oder sie investieren hier stärker rein und dann kommt so eine stärkere Korrektur wie jetzt und dann verkaufen sie im Minus und sagen, das ist Müll, hier gehe ich nie wieder rein. Und wenn der Kurs dann durch die Decke geht, kommen sie dann wieder reingeformelt zu Orte am Heilbereichen und dann korrigieren wir runter in den Bärenmarkt und dann verlieren sie noch mehr Geld, weil sie diesmal denken, der wird schon wieder zurückkommen wie letztes Mal, wo ich dann im Minus verkauft habe. Jetzt war der richtige Moment. Jetzt hättest du das machen sollen. Jetzt ist der Bärenmarkt, der Bullenmarkt vorbei und der Bärenmarkt beginnt. Und dann hassen sie den Space noch mehr, aber das hat ja nichts mit der Asset-Klasse zu tun. Sei es Aktien, sei es Krypto, sei es irgendwas anderes, ist ja vollkommen egal. Es hat ja nichts damit zu tun. Es hat mit der Unwissenheit zu tun und mit dem falschen Handeln. Darum, meine Lieben, es kommt nicht von nirgendwo her, wenn man sagt, Wissen ist Macht. Es ist nun mal so. Mit dem richtigen Wissen, mit dem richtigen Know-how kann man hier so handeln, dass man hier einfach als Gewinner rausgeht und über Generationen hinweg seinen Wohlstand hier aufbaut, meine Lieben. Und wenn du zu den Fortgeschrittenen gehörst und gerne Bitcoin und weitere Kryptowährungen traden möchtest, dann mach es wie ich bei BingX. Spare über unseren Link an Gebühren und bekomme verschiedenste Trading-Boni. Darum registriere dich jetzt über den Link in der Videobeschreibung und trade hier safe.